So, ich habe jetzt mal einfach eine Einladung verschickt an den Episode 1LP, der wollte auch gleich zu mir in den Discord kommen, weil er mal mit mir ein paar Rennen fahren möchte. Ich habe keine Ahnung, wie das zusammen geht. Mir fehlen auch noch 1000 Follower bis Kult. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das überhaupt möglich ist, weil wir da ja verschiedene, ja, verschiedene Status haben. Aber mal schauen, wie das funktioniert. Wenn du in diesem Menü bist, musst du auf X gehen, wo die Crew steht. Ja, ich stehe hier quasi bei Crewverwaltung. Also im Profil stehe ich jetzt. Aber ist noch keine Einladung gekommen. Warte mal, jetzt plippt das auf, aber ich kann es nicht annehmen. Mit Y, ne? Musst du das machen. Da kommt es doch schwer nicht drin. Nein, Y drückst du und dann sagst du... Annehme es ja. Hat er das jetzt angenommen? Ja. Warte mal, das muss ich mir auch aufschreiben, weil da steht, das ist so scheiße gemacht, da unten steht nur... Ah, okay. X-Crewverwaltung, B verlassen. Aber da steht nirgendwo womit... Ach du scheiße. Bist du dieser komische Türke? Also ich fahr mal da rein und guck mal, ob eventuell musst du... Ich hatte jetzt eine automatische Einladung oder andere. Ja, aber ich konnte nicht bestätigen gerade. Ja, ich muss mal eben ein anderes Auto holen. Äh... Sweet Tracy, was nennen wir denn mal? Fahrzeug wechseln kann ich noch? Okay. Ja, das kann man noch wechseln, oder? Äh... Äh? Also zeigt er mir einen Motor... Nein, jetzt muss ich das mit dem Ding fahren. Ich will das nicht damit fahren. Was ist das denn? Ja, wieso ist er jetzt angegangen? Ich wollte eigentlich gucken, ob ich wechseln kann. Ja, man kann nicht mehr wechseln. Ich kann es nicht mehr wechseln. Ich muss mit der Harley jetzt fahren, weil ich das vom Schwachsinn, ey. Also du siehst, ich bin wieder ganz hinten. Okay, man. Oh, ich hab die Abkotzung fast verpasst. Wo ist das auch auf der, äh, auf der A-Trust, dann ist da ein Nitro. Ja, oh, scheiße. Oh Gott. Weißt du, die ganze Zeit, ich bin das Ding jetzt dreimal gefahren. Ich bin hier nicht einmal in der Kurve rausgeflogen. Jetzt fahre ich mit hier und Harley voll vor. Aber den Boost habe ich erst bekommen heute. Ja, ja, aber du hast auch noch keine Zeit. Du bist ja noch Neuling. Du weißt gar nicht, was du zu trainigst. Also ich hab das... Ich hab unterwegs mal was bekommen. Da war ich ganz stolz. In der offenen Welt irgendwie. Und es gibt Abkürzungen, hast du ja gesehen, ne? Ja, aber nur eine Runde, oder? Ah, was mach ich denn? Hallo? Jetzt fahr zurück, Mann. Oh Mensch, ey. Dieses Einfädeln, jetzt machen wir das näher. Kommt nicht. Ja, die Abkürzungen, naja, es gibt auch mal mehr. Da musst du ja nicht mal gucken, halt. Und die Scheißkarte nimmt die halt aus, ne? Oh, Scheiße, das war die falsche Abkürzung. Nee. Jetzt textest du mich hier zu von wegen Abkürzungen. Und ich hab gerade... Boah, jetzt komm ich nicht mehr dran. Also, sagen wir es mal so, hier habe ich nur eine zufällig miterlebt, weil die schon mal da rumgefahren sind. Und ich denke, warum sind auf einmal die Hälfte der Autos weg? Und die sind einfach geradeaus gefahren. Ja. Ja, manche fahren geradeaus dann, und dann kannst du auch wieder fahren. Das ist dann meistens schneller. Ich probiere, ob du auf ein Ziel kommst. Ja, ja. Ich habe schon 78 Prozent. Aua! Ich bin doch, wie gesagt, einmal voll rausgeflogen gerade. Ich glaube, das ist vorher zu Ende, das ist ein Vorbild zu kommen, ne? Ach so, Scheiße, habe ich gar nicht gesehen. Was ist denn? Nein, 93 Prozent! Ey, nur weil ich jetzt da einmal die Abkürzung falsch genommen habe und wieder rückwärts fahren wollte. Hast du jetzt Teile bekommen oder du musst auf jeden Fall Geld bekommen haben? Ähm, ich war jetzt gerade so... Macht euch bereit für ein neues Kapitel der Live Extreme Series. Ersten Autogramm. Jetzt verfügbar. Live hat angerufen. Sie wollen uns wieder haben! Ich bin populär! Weißt du, als wir Außenseiter waren und auf unsere Chance gewartet haben? Echt? Sieh jetzt mal an! Ja, mir fehlten ja nur noch 800. Ja, du musst in den Kult rankommen, weil dann wird es halt interessant halten, ne? Okay, wir sind jetzt, wir werden hier irgendwelche Sachen reingeklatscht. Keine Ahnung, ich glaube das sind Rennen. 26 Stück, okay. Ja, du kriegst neue Rennen auch immer dazu, ja. Größeres werde reich und werde dann reicher. Ja, du gehst da drauf und du willst Blitzreise, dann bist du da drin. Ja, aber ich habe das Haus... Ja, dann ist das Haus halt, habe ich noch nicht gefunden. Ja, benutze zehnmal Blitzreise. Hier, ich kann nicht mal reden. Also, ich stehe jetzt bei dir. Ja, ja. Okay. Achso, ähm, ja. Da muss ich stehen bleiben, kann das sein. Ich habe die jetzt wieder nicht bekommen. Wie, du hast es nicht bekommen? Du bist so dabei, oder? Ja, ja, ich habe die bekommen, aber ich konnte sie nicht annehmen. Genau wie eben. Ja, du fährst aber auch neben mir, da musst du aber... Ja, das kannst du dir mal anhören. Also, ich kenne es ja schon. Oder du kannst mit B überspringen, aber... Glaubt, er kann absahnen und einfach hau spazieren. Kommt das immer wieder? Ja, wenn du sprichst, okay, jetzt musst du B drücken, dann drücke ich B. Dann mache ich weiter. Also, ich habe es nicht übersprungen. Das sehe ich bei vielen. Ja, genau, das ist mit dem Typen im Rollstuhl. Und der sagt immer, ähm... Ja, für den fahren wir. Beim anderen hat er gesagt, die sollen sich auf das Rennen konzentrieren, nicht auf die Strecke. Das war aber ein anderes, wo der das gesagt hat. Ich habe auch die Handkrabben gekämpelt. Also, driften kann ich nicht schlecht. Aber das wird hier geradeaus fahren und den Kurven, das ist noch ein bisschen problemat. Also, driften mag ich hier in dem Spiel nicht wirklich. Ne, äh, ich habe es noch nicht gefunden. Ich glaube, ich kann es noch nicht freischalten. Aber an sich driften während der Fahrt gar nicht eigentlich zu schlecht. Es sei denn, ich hänge gerade an einem Zeitungs-Kiosk. Wow, die Kiste hat es echt drauf. Ach, das ist das mit dem Kleinen, ne? Genau. Oh nein! Scheiße, ich habe die Abkürzung vergessen. Ich habe die Abkürzung. Ja, nicht Abkürzung, wo ich da drüber springen muss. Ich wollte gerade oben rüberfahren. Ja, du musst da unten reinfahren, ne? Du musst da unten reinfahren. Ich bin da von der Seite schrieb reingehüpft. Das Wasser bremst sich aber, glaube ich, aus, oder? Kann das sein? Ja, ja, aber gut auszufahren. Ich sehe den Glänzen, aber ich bremse die ganze Zeit. Also nicht bremsen, aber weg, weg, nein! Scheiße! Oh, fuck! Komm, fahr, fahr! Sonst ist der Glän wieder weg. Der ist schon wieder weg. Ich habe am Anfang eine Funktionalfrage. Ich habe auch gesagt, ey. Ja, auch die Steuerung. Ich finde die viel zu direkt irgendwie im Vergleich zu anderen Autofürnern. Also manchmal, da musst du ganz stark reindrücken. Und manchmal bist du nur kurz am Antippen und der nimmt das dann nicht an. Das stimmt. Glän, wo bist du? Ich möchte dich gerne überholen. Ich möchte auch mal Vorletzter werden. Obwohl einmal bin ich sogar auf Platz 5 gekommen. Hey? Weil die anderen geklückten sind nicht fest waren. Das weiß ich nicht. Ich habe sie nicht mehr gesehen danach. Ja, manchmal sind sie nicht. Schön wie ein... Oh. Scheiße. Schön und ein Biest, da habe ich gerade stehen gehabt. Jetzt kann ich mich nicht mehr auf die Saarverkürzen schicken. Scheiße. Ist so eine Ausstattung zulässig? Nichts davon ist Straßendauk. Das ist es ja. Wie willst du sie überzeugen, legal zu werden, wenn sie dafür so etwas aufgeben müssen? Irritiert mich. Und immer wenn er redet, kann ich nicht mehr fahren. Ich gebe es auf. Ich sehe den Blen nicht mehr. Nein! Jedes Mal vergesse ich, dass die Kurve so eng ist und fliegt hier irgendwo gegen. Sag mir jetzt nicht nur, du bist noch nicht ganz durch. Ich bin aber erst bei 62. Ey, dieses Auto ist so lahm, Arsch. Ich habe mich voll gefreut. Ich habe auch einen ganz anderen am Anfang gefahren. Irgendwie. Ich kann nicht mehr wechseln, komischerweise. Es steht immer wechseln oder einsteigen oder so. Das funktioniert nicht. Nein! Nein! Hallo! Fahr! Nein! Fahr! Hallo! Ich hänge hier irgendwie fest. Scheiße. Ich komme nicht mehr... Doch, jetzt... Jetzt habe ich das Schild mit rausgerissen, aber ich habe keine Zeit mehr dahin zu kommen. Immerhin sechs, da nicht acht. Ja, gut. Die weht mir. Wann werde ich denn... Achso, Kult heißt das bei dir. Also ich werde jetzt als nächstes erst berühmt. Moment... Nein! Nee, ganz... Warte, das ist nur... Könnte ich die Sachen nicht nehmen? Da waren gerade drei Live-Sachen. Doch, doch, guck mal. Ja, ja. Die Beute. Da sind so Pfeile. Ja, aber kann ich nicht mehr nehmen? Der hat mich jetzt rausgeschmissen. Nein! Du bist doch wieder doch da. Der geht nur in so einem freien Pfeis-Rennen. Nee, nee. Sie mussten im Zoll entkommen. Was redet denn? Hä? Diese aufgemotzten Roadster und Stockcars? Da gibt es eine direkte Linie zu unseren Straßenmaschinen von heute. Und von den Fahrern zu uns. Ach, jetzt! Jetzt! Bleib stehen! Boah! Also, immer her damit! Ich fahr mal zu dir. Ja, der hat irgendwie... Ich weiß nicht. Ich hab ja irgendwas von Rose da und so gesagt. Und das ist da... Oh, sieht mein armer Wagen aus. Ähm. Das ist heilige Erde. Ich bin in Vegas. Äh. Hier hat sich Theo, der Champion, seine Spur... Ich weiß nicht genau, wo du bist. Ich sehe dich gerade nicht. Warte mal. In der Mitte. Nein, ich will hier... Wieso? Nee, warte mal. Ach, du standst in mir drinnen. Oh. Ja, wo kann ich reinfahren? Okay, ja, du bist da. Nee, nee, ich muss... Warte mal. Warte mal. Ich muss vorher reinfahren. Aua! Du sollst reinfahren und nicht in mich reinfahren. Ich hab dich überholt. Da hab ich 51 Follower zu bekommen. Ja toll! Weil du mich grad so misshandelt hast hier mein Auto. Ja, ja. Aber ich hab jetzt nichts bekommen. Aber ich fahr ja mit dir mit rein. Also normalerweise... Du bist aber hier bei mir, ne? Ja, ja. Ich war hinter dir gerade. Ja, super cool. Cool! Boing! Ach, die Schall. Aber ich hasste das mit dem Regen. Ich hab echt das Gefühl... Ey! Wer ist, wenn die erstmal runterbrechen? Zeig mal, was du unter der Haube hast! Wir sind hier einfach losgefahren, wo ich gerade erst drinnen war. Ich darf's nicht zu laut sagen, aber noch seh ich euch! Oh! Da kann ich nicht abkürzen. Scheiße, sagt mir das doch! Oh man, ich bin's immer gewohnt die Strecken abzukürzen! Ja, nicht alles kann man abkürzen. Man muss gucken. Aber hier musst du durch den Hangar durchfahren unter den Flugzeugen. Ja, ne? Äh, ich weiß noch nicht mal, ob man hier ein Hangar ist. Und vielleicht. Und dann kannst du unter dem Eifelturm herfahren und irgendwie siehst du durch das Tor dann in Paris. Das ist ja Paris. Aber wieso krieg ich hier drin eigentlich keine Follower mehr? Den kriegst du am Ende. Den kriegst du am Ende für das Rennen. Dann achtest du auf deine Follower und krass voll in die Wand rein. Ne, die stehen am Ende da. Die sind für das Rennen. Das ist doch ein Witz. Gibt es auch welche, wenn ich crashe? Äh, eine komplett Bewertung am Ende. Es gibt auch Minus-Follower. Ja, das habe ich irgendwie. Das war total komisch. Nein, die gibt's nicht. Nein, aber ich habe immer so... Boah! Was ist hier mit dem Regen los? Ich habe hier immer so 300 oder so bekommen beim Freestyle mit dem Flugzeug. Mit dem Flugzeug? Und dann auf einmal blinkte das so kurz. Piep, piep, piep. Und auf einmal waren sie wieder alle weg. Das war total komisch. Aber ich meine meine Gesamtbewertung hätte sich vergrößert. Das war polarisch. Echt! Auah! Auah! Hey! Ich weiß nicht, er ist an der Schläge, ne, du kannst den, ne? Hast du den in der Freundesliste gesehen, in dem Geplay? Ne. Ach so, dann sieht der das sonst. Ja, wenn er im Bistock früher wieder sehen ist. Weg da! Ich muss hier springen! Nein! Ich seh nichts mehr! Könnt ihr das mal... Ah, jetzt sehe ich wieder was. Wie, das ist schon zu Ende? Bei mir ist überhaupt gar keine Zeit runtergezündet worden. Hä? Also wenn du jetzt... Aua! Aua! Nein, ich sag's nicht mehr. So, ich muss eh nicht mehr zur... Warte mal, Fotoaufgabe! König von Ägypten! Da muss ich noch hin. Ich weiß aber nicht, wo das sein soll. Weiß überhaupt, wie das geht? Ne. Ne. Ich hab's mal angenommen, aber ich hab keine Ahnung, wie es geht. Das Wega, es war da vorne. Okay. Ja, die kannst du, da musst du halt ganz schnell die Straße runter putzeln. Aber das macht nur Sinn, wenn du das machst, wenn dein Auto dann in Lämmen bleibt. So, und du musst jetzt hier hoch, musst du fahren. Die Pyramide hoch. Du kannst auch... Ich wollte bremsen, damit ich dich sehe. Ich wollte hier nicht reinkommen. Wie kam ich da rein? Mann, wie kam ich denn da rüber? Irgendwie kam man doch da rüber. Da hinten. Auf der anderen Seite. Hier. Ah, hier. Hier kommst du hoch. Mann, die Tasten sind hier komplett anders belegt. Hier siehst du, wo ich bin? Nichts. Äh... Nicht mehr. Guck mal die Pyramide hoch. Ich kann nicht hoch gucken, ich kann nur zur Seite. Doch, mit dem anderen Gefahrenkreuz kannst du so die Ansicht ändern. Ja, ja, zur Seite, aber nicht nach oben. Oh, ich komm... Warte mal, du bist hinter mir, aber du warst doch grad noch vor mir. Ich bin oben auf der Spitze von der Pyramide. Ach, das soll eine Pyramide sein, oder wie? Ja, der Glasbau, oder? Diese... Aber ich weiß nicht, ob du da mit deiner Karo fährst. Aber wie muss ich denn da ein Foto machen, wenn ich nach oben fahre, oder? Nee, 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 nee. Der Foto-Modus geht an, wenn du das Fadenkonzept, äh, und zwar dieses, ähm, nach links drückst, das, das, das Kreuzwasser hast noch. Nicht das, nicht die, die Sticks, sondern das Kreuzwasser benutzt. Da ist der Foto-Modus. Ach, ich kann nicht nirgendwo durchfahren? Was ist das für ein Scheiß? Nee, hier, hier, hier. Guck mal bei mir. Die Straße ist etwas weiter runter. Hier. Hier. Und da kommst du durch. Hier auf der Wand. Ach so. Hier. Hier. Und da kannst du auch hier hochfahren. Na ja. Hochfahren ist so relativ. Ey, der macht nicht mehr als 20 gerade. Was ist jetzt so? Warte, ich schieb die an. 35? Ja, und so bin ich die ganze Zeit die Rennen gefahren. Das ist doch kacke. Drücke. Drücke was, 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 was? Äh, ah. Mein. Jetzt habe ich nochmal auf den, auf den Dings gedrückt. Aber das ist kacke. Also irgendwie das Foto kannst du nur machen, wenn du das über, äh. Schnappschule. Nein, du kannst auch rauszoomen. Mit dem Dings kannst du rauszoomen. Mit dem, du bist weg. Ach so, du bist gar nicht mehr. Ah, jetzt habe ich was geteilt, oder? Ja. Ja. Ja, teilen ist es ja nicht. Du musst eine Errungenschaft kriegen. Ja, ja, aber jetzt habe ich auch das Foto geteilt. Und das klappt ja die ganze Zeit nämlich nicht. Ach so. Hallo.